Heute zeige ich euch, wie ihr aus den Armored Trims coole Superheldenrüstungen baut. Diese könnt ihr entweder anziehen oder als Sequel in eurer Minecraft Welt einbauen. Als erstes haben wir Spider-Man. Und natürlich zeige ich euch nicht nur, wie sie aussieht, sondern auch, wie man sie baut. Und so sieht sie aus, wenn ich sie anhabe. Als nächstes haben wir Batman. Als Umhang würde sich zwar die Lytra eignen, aber man kann leider nicht beides gleichzeitig anziehen. Aber sie sieht ganz gut aus, würde ich sagen. Als nächstes kommt Iron Man. Die sieht natürlich auch wieder sehr nice aus und so wird sie gebaut. Speichert euch das Video, damit ihr nicht vergesst, wie man sie macht.